Wie kann ich mein Geld sinnvoll anlegen, ohne dabei Risiken einzugehen, die ich nicht verstehe? Diese Frage habt ihr mir zum neuen Jahr besonders oft auf LinkedIn und Instagram geschrieben. Die Antwort ist einfach. Es gibt eine zeitlose, einfache Anlagestrategie. Sie ist jahrtausende alt, lässt sich aber mit ein paar Tricks problemlos in die Moderne übertragen. Es ist die Drei-Speichen-Regel. Wie diese Anlagestrategie heutzutage funktioniert und auf welche Denkfehler einiger Finanzexperten ihr dabei nicht hereinfallen solltet, verrate ich euch in dieser Folge. Die Drei-Speichen-Regel wurde vor ca. 1600 Jahren zum ersten Mal von Rabbi Isaac Ba'aha erwähnt und im babylonischen Talmud formuliert. Schon damals war Diversifikation nämlich ein wichtiges Mittel, um Ersparnisse zu sichern und Vermögen aufzubauen. In anderen Worten, man hat schon damals nicht alle Eier in einen Korb gelegt, sondern sich auf verschiedene Anlagen diversifiziert, um in verschiedensten Szenarien möglichst viele Optionen zu haben. Die einfache Drei-Speichen-Regel lautet, man soll sein Vermögen stets in drei Teile teilen. Ein Drittel Land, ein Drittel Handelswaren und ein Drittel Bar zur Hand. Was genau bedeutet das aber jetzt im Jahr 2024? Was verstehen wir unter Handelswaren und bedeutet Bar zur Hand einfach ein bisschen Bargeld unter dem Kopfkissen? Hier müssen wir gut aufpassen und gründlich nachdenken. Aber beginnen wir ganz von vorn. Ein Drittel Land. Darunter können wir uns alle etwas vorstellen. Es ist nämlich damit der Besitz von Grund und Boden gemeint und natürlich alles, was man damit machen kann. Ein Drittel Handelswaren ist in der heutigen Zeit schon schwieriger zu verstehen. Die meisten Finanzexperten übertragen sie in die Moderne, indem sie hier von Aktien allgemein sprechen. Das halte ich für einen Fehler. Früher verstand man hierunter alles Tauschgut, also beispielsweise Vieh, Mineralien, Textilien, Gewürze und Lebensmittel. Das ist heute natürlich schwierig, eins zu eins umzusetzen. Handelswaren sind deshalb für mich Rohstoffe oder Anteile an Rohstoffunternehmen, da diese mit realen Tauschwaren handeln und ich mich so daran beteiligen kann. Es ist aber meines Erachtens hier eben nicht jede Form von Aktien gemeint. Auch der dritte Teil der Drei-Speichen-Regel, ein Drittel Bar zur Hand, wird verschieden interpretiert. Meiner Ansicht nach kann dies die fatalsten Auswirkungen haben. Bargeld in unserer heutigen Form existierte vor 1600 Jahren nämlich noch gar nicht. Das kann also damit nicht gemeint gewesen sein. Damals nutzte man als Bargeld und Tauschmittel Münzen in Form von Gold und Silber. Und das ist ein gravierender Unterschied, da diese einen Eigenwert, einen Sachwert haben. Anders als unsere heutigen Euromünzen und Scheine, die von heute auf morgen wertlos werden können. Um den dritten Teil der Drei-Speichen-Regel zu erfüllen, halte ich also Gold und Silber in kleinen Stückelungen in bar in meiner greifbaren Nähe. Falls ich damit mal im Falle einer Krise bezahlen möchte oder muss. Nochmal zusammengefasst. Es ist wichtig, in turbulenten Zeiten sein Erspartes nicht zu 100% in eine Anlageklasse investiert zu haben. Denn dann kann es passieren, dass man mit ansehen muss, wie das aufgebaute Vermögen verschwindet. Mit der Drei-Speichen-Regel könnt ihr euer Erspartes in drei Teile teilen und habt damit eine äußerst stabile Basis in vielen Szenarien. Ob Pandemie, Finanzkrise oder Naturkatastrophe. Also ein idealer Schutz vor dem nächsten schwarzen Schwan. Wenn ihr euch noch unsicher fühlt, hilft euch vielleicht eine persönliche Beratung, um mal zu gucken, wie ihr das für eure persönliche Situation sinnvoll anwendet. Dazu stehe ich wie immer gern zur Verfügung. Den Link zu eurem kostenfreien Gesprächstermin findet ihr wie gewohnt in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute, euer Ronny Wagner.